Grüß dich, ich bin der Bernie, bin seit ca. 8 Jahren bei der Firma Herzogbau, seit ungefähr 4 Jahren bolliert. Ich habe 2015 einen Abschluss an der HTL gemacht, habe mich dann aber doch entschieden, Stadt und Büro auf die Baustelle zu gehen und für mich war es eine gute Entscheidung. Der Grund, warum ich bei der Firma Herzogbau bin, ist die Entscheidungsfreiheit, das selbstständige Arbeiten und das Vertrauen vom Chef an die. Und das ist eigentlich warum, dass ich nach wie vor noch in der Firma arbeite. Man hat sich in den Jahren ein Team aufgebaut, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet. Und das ist natürlich eines der schönsten Sachen an dem Beruf, dass man jeden Tag wieder, auch wenn man so oft mit den Personen zusammenarbeitet, trotzdem eine super Gemeinschaft ist. und nur durch alle so eine Baustelle oder so eine Abwicklung möglich ist.